Musik Ihr wollt eine Regierungsvertretung, die Führungserfahrung hat Jemand, der verantwortungsbewusst handelt Eine lösungsorientierte Persönlichkeit, die fair fordert Am 23. Oktober hat Ihr die Chance, Maya Balli als Regierungsrätin vom Kanton Aargau zu wählen Die BDP-Fraktionspräsidentin wirkt seit 2013 im Grossen Rat und hat sich seitens über die Parteigrenze hinweg einen guten Namen geschaffen Mit Bodenhaftung und Weitblick packt Ihr Projekt an und setzt es pragmatisch um Die intelligente Schnelldenkerin kann gut zuhören und auch handeln Sie schaut eine Problemstellung aus verschiedenen Blickwinkeln an und entscheidet diese aufgrund von Erfahrung und mit gesundem Menschenverstand Sie ist mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik eine kompetente Persönlichkeit Eine starke Frau, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen Für uns, für unseren Kanton Aargau Setzen Sie auf Maya Balli Herzlichen Dank Die schnive und andere Untertitelung des ZDF, 2020